Musik Hallo zusammen, ich bin Kili Willkommen bei der Swiss No Demo Team Equipment Story Heute mit der Firma HED Ich möchte heute ein paar coole Schwänge auf der Piste fahren und habe mich darum entschieden Ich nehme den iSpeed Der iSpeed ist der sportlichste Ski aus der Supershape Linie Er ist aufgebaut auf einem Holzkern und hat einen 14,3m Radius auf 1,70m Der Ski, wie ich schon gesagt habe ist sehr sportlich zum Fahren optimal für geschnittene Schwünge Er verhält sich sehr stabil in der Kurve und ist sehr drehfreudig Musik Spezielle Technologie für den Ski ist das CARES Das kennt ihr vielleicht schon aus der Formel 1 Das ist mit einem Chip hinter der Bindung im Ski integriert Über die Faseren, die im Ski verleiht sind wird elektrische Energie während dem Kurvenverlauf gespeichert und die Energie wird automatisch gegen Ende Kurven freigesetzt und dann versteift das eigentlich die Längsachse vom Ski damit ihr optimal die Reibang nutzen können Musik 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 So jetzt wünschen wir euch viel Spass und schöne Erlebnisse mit dem iSpeed Wir bedanken uns natürlich auch an der Firma HED für das Top Material immer Tschau zusammen Musik 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 Musik